Hallo Freunde des Geil-Limt und Sports Willkommen zurück hier auf UNO mit dabei wieder die gleichen vom letzten mal ach so wer ist dran erst mal ok es geht schon los genau ja und da kann da muss ich auch noch gott sei dank und genau drauf schweißen ja ja kudo koslowski jetzt habe ich ein grün hallo ja da bitteschön hat einen grünen Taunen glaube ich BAMS Och nee Miros du bist dran schmoren ach das ist gut ich sag gleich nichts mehr dazu wir schauen dass du es bereuen willst ne ja vielleicht du wirst es bereuen ja ok red furious danke blöde sau ja ich glaube die runde nicht spielen danke da bin ich auch mal was machen du kriegst noch karten noch ja das habe ich mir schon gedacht ich glaube erst noch ziehen wir hätten gleich so wieder die karten rumgewechselt hast du nicht UNO gesagt mhm ja für ist der controller gut ja wie habe ich das ziehen muss keine angst du kriegst noch karten mit Och was ist das denn hehehehehehehehe höhehehehe ich muss mal ein bisschen karten aufteilen hier oh 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 ok ich zieh 4 mehr hat rot mehr hat rot mehr hat rot du ziehst mal nein, hat auch keine rot ja, die große vorhage ja, jetzt ist das auch nicht wirklich besser scheiße ja, genau Das habt ihr ja nicht alle gegen dich. Der hat doch Brünen auf der Hand jetzt. Oh yes baby, Udo! Du bist so ein Lappen, ey. Oh, das war der Reiter. So muss das sein. Zum nächsten Paar. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh Mann. Wer darf denn ein Lappen? Welche Farbe? Einmal die Yellow. Virus ballert gleich die großen Kajutsche raus. So sieht's aus. Oh scheiße. Warum hast du das sowas von verlieben? Keine Ahnung, es gab Glück zurück. Erstmal richtige Seitenfahren. Ja, das finde ich nicht gut. Ja, halt nicht die richtige Seite. Vielleicht geht's ja durch. Ich hoffe nicht. Virus, hau drauf! Oh, ne. Du bist heiß lechseln. Das geht mir so hart auf die Bisse. Das geht mir so hart auf die Bisse. Ja, das geht mir so hart auf die Bisse. Ich bin so hart auf die Bisse. Ich bin so hart auf die Bisse. Ich muss uns irgendwas anderes als blau legen. Gott sei Dank, danke. Jawoll! Oh no! Boah, Sandra! Blinkt aus jetzt die Karten. Da hat er sich echt einen Gefallen mitgetan. Ja, Quasi. Ja. Oh, noch schnell Uno gesagt. Das war knapp. Oh, jetzt wird er sich die Karten mit dir zurückgeholt. Oh, jetzt wird er sich die Karten mit dir zurückgeholt. Oh, jetzt wird die Hälfte in der blaue Ruhe. Bamballe! Das ist doch kein Ende. 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 Bleib mal blau! Ja, er hat da einen blauen Aufwand. Okay. Er will da zwei ziehen lassen, glaube ich. Boah, kann ich auch mal mit den Farben entscheiden. Ja, er will jetzt alles durch. Genau, von drei Runden. Gelb hat er mal nicht. Sehr gut. Hier haben wir auch. Nee, das kann ich nicht. ja läuft würde ich sagen naja bitte kein aussetzen so freude das war die zweite runde ich würde mich jetzt bedanken wir sehen uns in der nächsten runde macht's gut